Wir sind hier bei Flip4New in Friedrichsdorf in der Nähe von Frankfurt, dort quasi der Hintergrund der Trade-In-Aktion von Gravis. Also wir kaufen im Monat weit über 10.000 verschiedene Artikel an und im Apple-Bereich sind das auch weit über 1000 bis zu mehreren 1000 pro Monat. Egal ob man auf die Gravis Trade-In-Seite geht oder in den Gravis Store, man bekommt sofort einen Preis genannt. Der ist übrigens auch garantiert, wenn man keine falschen Angaben macht bzw. der Mitarbeiter im Gravis Store bewertet das Gerät sowieso vollständig. Es ist sehr unkompliziert, weil man im Vergleich zu anderen Verkaufskanälen keine Fotos machen muss, keine Beschreibung machen muss, keine Anzeigen schalten muss oder auf Käufer warten muss, auf Zahlungen kontrollieren muss. All das ganze fällt weg. Ja, wenn ein Paket aus der Gravis Trade-In-Aktion ankommt, dann wird das von der DHL angeliefert. Wir kommissionieren das, packen das Gerät aus, dann wird es im nächsten Schritt bei uns getestet von Experten. Wir haben viele ehemalige Apple-Store-Mitarbeiter, Apple-Techniker, zertifizierte Apple-Techniker. Die prüfen das Gerät sozusagen auf Herz und Nieren und bereiten das Gerät, auch wenn es notwendig ist, auch nochmal auf. Im nächsten Schritt werden dann sämtliche Daten gelöscht von dem Gerät und danach wird das Gerät für den Wiederverkauf vorbereitet. Das kann dann sein, dass wir zum Beispiel Fotos von dem Gerät machen, das Gerät nochmal polieren und dann am Ende einlagern, warten bis es verkauft wird oder wir bieten das dann halt über verschiedenste Kanäle an. Ja, der Verkauf an uns ist extrem sicher auch, weil wir halt alle Daten komplett und unwiderruflich löschen. Dazu nutzen wir zertifizierte Verfahren und der Kunde kann sich absolut sicher sein, dass alle Daten, in dem sie unwiderruflich gelöscht worden sind von uns, bevor wir das weiter vermarkten. Der besondere Vorteil der Gravis Trade-In-Aktion ist halt auch, dass wir als Flip4New nicht nur Apple-Geräte ankaufen, also nicht nur iPhones oder Macs, sondern dass wir auch zum Beispiel Windows-Notebooks ankaufen oder Spiegelreflexkameras. Das ist ein optimaler Service dadurch auch für zum Beispiel Umsteiger, die von einem Windows-Rechner auf ein Mac umsteigen wollen. Die können sich direkt zum Beispiel online auf der Gravis Trade-In-Seite ein Preisangebot von uns geben lassen und bekommen dann sozusagen für den Wert ihres alten Windows-Notfuchs eine Gravis-Ideenkarte und können damit ganz leicht switchen und damit auch einen viel günstigeren Preis auf ihren ersten Mac zum Beispiel realisieren.